Da hin ist noch einer Boah Gut Geht es jetzt da weiter oder geht es da weiter? Ich denke mal dort Wieso kann ich das aufmachen? Warum? Da ist auch sicherlich was drin Ne Anscheinend nicht Ah, hier ist okay Ein Speer Mein Gott Dieser arme Typ Weiß er eigentlich, dass Jack und die anderen tot sind? Dass nur noch Zoe lebt? Ein Flusskrebs Ein Flusskrebs Sehr nice Okay Oh Mama Bleib doch einfach tot Was zum Was war das? Das ist ruhig Nichts bewegt sich Boah Gut Das sind Schrottteile, die ich holen kann Aber erstmal das Ding hier erledigen Wadabum 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 Hm, ne das ist nicht der Platz von Jack und so Rot So So Kann ich mir noch was kombinieren hier? Gut Kann ich mir noch was kombinieren hier? Eins haben wir noch Was ist da hinten? Gehen wir erstmal da lang Gehen wir erstmal da lang Okay Okay Na gut Wadabas? Wadabas? Äh Oh 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 Okay, geile Champion Puppe Oh fuck Jetzt habe ich Angst bekommen das war nicht nett ein ast man okay du schwein wie stark ist du denn jetzt mittlerweile jetzt haben wir schon 10% nochmal 10,20% stärker guck mal oh mein Gott ziemlich weiter weg vor uns dann gönne ich mir erstmal noch eine Krabbe eine Bombe man geil wir haben jetzt eine Pfahlbombe okay hier nochmal kurz reinschauen ob ich ob ich das irgendwie ob es hier drin steht wie ich nochmal Kompos mache ne steht da nicht okay dann lege ich das wieder ab das kann ich wahrscheinlich nicht ablegen was ist das das ist das Getier das ist gut das ist nochmal Getier ja das können wir alles mal behalten das ist ja nicht schlimm ne gut wir speichern mal machen wir hier das erste bam so kenners boah du dreckst Krokodil man wie viel hab ich einen hab ich da ey solange ich nicht runter muss boah das war knapp oder was boah ne ne schön auf die Eier so und jetzt tot 3 Stück, sagst du? Alles klar? Bam, bam! Aua! Egal, mir doch egal, ne? Jede Kneipen-Stickerei ist viel herr, aber ein gefährlicher. Oh, Finisher. Aua! Ist ein Finisher? Voll nicht hingeschaut, okay. Noch einer. So, bleib tot, man. Ei, ei, ei. Schluss! Aufhören! Boxer-Puppe, 21%. Bam! Hat gerade irgendjemand was gesagt? Da sind zwei Kisten, Mann. Die hole ich mir noch. Ich will irgendwie auch noch dort runter gehen. Das musste sein, Leute. Hm. 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 Oh, da unten sind auch noch so viele. Guck mal. Habt ihr das gesehen? Sehr viele Wurf-Pfeile. Wurf-Sperre. Guck mal da. So, wo? Wo ist denn da? Ander? Wo ist denn der Ander hin? Ist er noch ein Zweiter? Damn, ich kann nur einmal... Da bist du. Hau ab. Hoch, hoch, hoch. Uiuiui. Sehr gut. Oh, noch eine Boxer-Puppe. Ja, geilo. Supergeilo. Vier Stück. Ah, da hinten ist der Kollege. Gute Nacht, Mann. Das Zeug will ich auch haben. Dammit, wie komme ich da hin? Irgendwie von dort aus. Alles klar. Gut. Pass mal auf, wir gehen mal. Dort rüber. Ich will nur mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie was finden. Wie sieht es irgendwie mit meiner Gesundheit aus? Pff, keine Ahnung, weil ich habe eh nichts zu meilen. Okay. Da. Oh, oh. Nicht von der Fall. Oh, es leckt ein bisschen, Leute. Jawohl. Das habe ich vorhin übersehen. Ist da unten was? Was glaubt ihr? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Trick. Ach komm, fang dich wieder. Nee, hier ist nichts mehr. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zu der Bude. Bude. Ich habe einen gehört. Oh, oh, oh. Das gesehen, da waren die... Oh, halt auf. Komm. Waren doch mehr. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Man hätte uns dann unters Haus kommen können, aber lohnt sich das, unters Haus zu gehen? Schauen wir mal ganz kurz. Man kommt dann da rein. Aber wofür? Gut, falls da was sein sollte, dann habe ich es halt übersehen. Dann müssen wir damit leben. Aber ich gehe mal lieber weiter. Da, das sieht total seltsam aus. Das kann man bestimmt von der anderen Seite runterschlagen oder so. So. Tab-tada-a-a-a! Opsa! okay ich hätte es gedacht man kann das kaputt haben gut kombinieren wunderbar wo ist denn der gute hallo da ist noch eine kiste die holen wir uns gleich ist ein krabbler einer der ärger will aber verdammt ich muss mich mal kurz halten das kann doch nicht wahr sein jetzt noch das weiß langsam 100 flüssler und eine dicke made sorry leute das ist jetzt gerade so ein bisschen lenkt aber müsste glaube ich auch gleich wieder aufhören so okay hä wo da einer da da ist noch bewegt sich einer im wasser boah geil alter was ist hier los nehmt denn auch noch mit wie viel wir mitgekriegt haben ein paar krebse ein bisschen davon ein bisschen davon ich hoffe er fängt sich gleich wieder an das ist ein bisschen nervig so mal kurz im wasser bleiben schauen wir mal für vielleicht was finden ich will jetzt nur nicht sterben das wäre super bitter ach guck mal da schnauze man ach guck mal ja perfekt ne champion puppe man jawoll nämlich umsonst ist da nicht ein krokodil äh ein alligator ah mein nacken bisschen angespannt gut sieht gut aus nehmen wir wieder die fäuste da habe ich da habe ich gerade was gesehen da habe ich gerade was gesehen hm ich glaube wie die hier da stehen wieder alles klar die kommt direkt zu mir oder was ihr wollt Ärger das ist unfair so Junge ich sehe dich wie machst du das wie kannst du das was er hat ne richtige power verdammt wie elegant es ist es ist ah ne hör auf oh krabbel oh gott sei dank es hat noch getroffen obwohl es er gelegt hat oh guck mal da au fuck not bad Oh, verdammt. Das wollte ich nicht. Oh, fuck, er töte mich. Fuck. Ah. Ich habe ihn nicht gesehen, Mann. Ja. Na, toll. So, erstmal dich ausschalten. Und dich ausschalten, okay. Gut. Wir müssen alles nochmal schnell einsammeln. Das stimmt. In der Beschreibung, also im Tipp stand da gerade, wir sollten nicht knausrig sein mit Waffen. Und deshalb... Verdammt. Deshalb YOLO. Begreifen die Viecher auch mit unseren Sperren an. Naja. Das ist so doof, ey. Wir sind die Champion-Puppe, Mann. Gut. Wie erledigen wir die? Er hat gerade Zeug gegessen. Komm. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es geht. Alter, wie egelhaft. Boah. Wieso kommt die jetzt schon? Kollegen, guck mal, wie die laufen. Irgendwie verschwende ich aus. Das sind keine Sperr. Come on. Aua. Ei, 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 ei. So, wieder ein paar Schrimps essen. Ich mag zwar Schrimps, aber nicht so, Mann. Oh, nein. So eine Marde. Oh, ist ja ekelhaft. So, der Gute steht da wieder. So. Bäm, bäm. Du bist echt ein kaputter Typ. Ich bin runtergefallen. Weil ich verdammt cool bin. So. Wo bist du? Ach, dieses... Gelenke, Mann. Hör auf. Hoho. Hat's ihn weggehauen. So. Kann ich zufällig... Ja, boah. Ah, guck mal da. Der nächste. So, jetzt dürfte nur noch der eine kommen. Nee. Diesmal nicht, Mann. Hör auf jetzt. Mit der Boxerpuppe, Mann. Danke, Mann. Verdammt nochmal. Leute, ich glaube, ich muss gleich echt eine kleine Pause machen. So. Oh, was ist da? 100 Flüssler. Wow, perfekt. Das kommt mir jetzt gerade... Ey, waren wir doch schon mal, oder? Nein, echt nicht. Okay. Sehen alle gleich aus dieser Hütte. Wer baut die eigentlich? Was machen wir? Machen wir das hier. Okay. Okay, Leute. Ich würde sagen... Wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Ähm. Könnte sein, dass irgendwie sich ein Speicher vollgelaufen hat. Und es sich nicht selbst wieder löscht. Keine Ahnung. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Und bis dahin. Macht's gut. Ihr seid die Besten. Haut rein. Ciao.